Eddie steht neben einem Auto. Er schließt den Kofferraum. Vikram sieht ihn. Ist alles in Ordnung, Eddie? Du siehst gestresst aus. Ich habe heute diesen Wagen gemietet. Aber er ist kaputt. Hm. Vielleicht kann ich helfen. Ich denke nicht, Vikram. Ich glaube, ich verstehe das Problem. Okay. Vikram, ich weiß ziemlich viel über Autos. Also, du hast den Motor schon gestartet. Das kann nicht sein. Ich höre... Eddie, dein Mietwagen ist ein Elektroauto. Die sind leise. Was? Der Motor läuft schon. Fahr einfach. Eddie fährt langsam los. Siehst du, Eddie? Es ist nicht kaputt. Nur elektrisch. Ohne Benzin. Nein. Ich habe vor zehn Minuten Benzin in das Auto gefüllt. Was? Wo in das Auto? Hier natürlich. Oh nein, Eddie. Das ist der Kofferraum. Motor. Gestresst. Kofferraum. Glaube. Verstehe. Der Kofferraum. Der Kofferraum. Wasserraum. Vielen Dank.